Bei der Toskoblins, ja da ist Feuer unterm Dach, nur 5 Zähler, Rang 16, da findet der Trainer richtig knackige Worte bei Aljoscha Pause. Weil einfach individuell 2, 3 Spieler einfach wieder zu weit von der Form entfernt waren und das können wir uns nicht erlauben. Wir haben einen ganz schmalen Kader, lassen Sie mich mal so sagen, dass wir im Pokal weitergekommen sind gegen Cottbus, dass wir in Augsburg eins einspielen und in Berlin einselfieren, da haben wir Topleistung abgerufen. Sobald wir nicht an die Topleistung kommen, haben wir Schwierigkeiten Spiele zu gewinnen. Das ist ein strukturelles Problem, da muss im Verein drüber gesprochen werden, wir können uns ja abstrappen, solange wir wollen. Und ich sage Ihnen eines, egal wer das macht, wer das Training leitet, ob das methodisch ist oder nicht, du musst halt irgendwo auch die Qualität haben.